Mein Name ist Jesus, das ist mein Lieblings-Einsatz und eine. Die Evangelium von heute ist es wiederum zu einer Doktrin oder einer Rede des Christentums. Es fängt mit dem eindeutigen Wort, dass diese wörtliche Regel nicht für jeden Menschen ist. Und daher sagt, euch, die ihr näher zuhört, zeige ich euch. Es ist wichtig, also dass man erstens mal hört. Hören nicht wie die Gesetzbrecher hören oder nicht wie die Tiere hören, sondern wie die Engel Gottes hören. Oder wie die Gottesgetreuen Heiligen hören. Schon seit dem Alten Testament, wenn Gott zu seiner Frau spricht, sagt er, hört ihr es ein. Also das Hören ist ein sehr bestehender Fakt, das wir immer stets in Funktion halten sollen. Wir hören nicht mit einem Ohr, die das Gehörter direkt im Gehirn weitergibt. Und der Gehirn dann fängt an damit, zu analysieren, zu denken, zu philosophieren, zu streiten, zu erweitern, zu forschen und, und, und. Und dieses Gehirn ist nicht, was hier Christus meint. Und dieses Gehirn ist keine spirituelle Gehirn. Eine geistliche Gehirn ist, die das Wort direkt im Herzen aufnimmt. Ein Gehirn, die direkt das Gehirn ins Herz leitet und dort eine Frucht erinnert und dort wie in einer Schatzkarte bewahrt wird, damit es daraus Leben entsteht. Und daher, wenn wir das Wort Gottes hören, sollen wir unsere Aufmerksamkeit direkt in unseren Herzen leiten. Und wir nehmen das mit Herzen, indem wir begeben und wünschen, das zu öffnen. Denn das Gleiche hat der Heilige Antonis gemacht, der nur an einen Satz gewöhnt hat und damit auch gelebt hat, dieses Wort. Einer davon ist auch der Heilige unserer heutigen Tag, Ampa Moussa, der Schwarzer. Moses hat immer einen Wunsch gehabt im Herzen, den Wagen dort zu suchen. Und als er dann hörte, dass die Menschen es tritt, darüber ihm Bescheid sagen können, er ist dann direkt hingegangen. Er hat es nicht gehört, um es damit auseinanderzusetzen im Gehirn, sondern er wollte damit leben. Und deshalb ist es auch dort hingegangen und dort die Verte gefragt also, wer der wauer Gott ist. Und er hat auch damit gelebt. Und das ist, was unser Christus handelt, dass wir im Herzen hören und auch damit achten. Das Wort unserer heutigen Evangelium, das ist ausschließlich mit Herzen zu hören. Wenn wir das mit Gedanken hören, was wir heute gelesen haben über die Evangelium, wir werden durcheinander kommen. Wir werden keinen einzigen Schritt vorangehen, sogar wir werden eine Misstrauung gegen das Heilige erwecken. Denn ein Geheim kann es nicht so begreifen, der es sagt, Liebe zu euren Feinden. Wie ist das möglich? Also bedanklich kann man es darin nicht zu abkommen. Feind ist nicht da, er ist nicht Feind geworden, um geliebt zu werden, sondern ob es mich zu oder derjenige, der ihn als Feind darstellt, zu verbrennen, ist hin zum Vernichtung, zum Töten. Aber wenn wir dieses Wort im Herzen nehmen, hilft uns auch unserer Herr weiter, wie wir das in der Tat setzen können. Als erstes der Event, dass wir Gutes tun und dass wir sie segnen und dass wir auch für sie beten sollen. Gutes tun, segnen und für sie beten sollen. Dies sind die drei geistlichen Schritte in jedem Hinsicht zu jedem Menschen, das wir, also jedem begegnen, müssen wir damit, mit diesen drei Sachen, mit ihm akten. Erstens für ihn Gutes wünschen oder Gutes tun und dann segnen und wie ihm gehen. Und wenn man so weit ist, da kann man dann die weiteren Schritte dann auch noch, also im Herzen nehmen und versuchen, in der Tat zu setzen. Denn die weiteren sind also sozusagen ein materieller Akt oder ein körperlicher Akt, nämlich etwas geben. Jemanden zu geben und jemanden auch mit ihm das, also ihm entgegen zu kommen, wie man es also sich gerne hat. Und gleichzeitig auch für jemanden, also etwas zu leihen, also etwas zu geben, ohne dass man von ihm erwartet, ob das zurückgeht oder nicht. Und weiter erklärt Christus in diesem Schritt, also wie wir es das vollenden können und was das auch sein soll. Wenn man mit diesem Schritt voran ist und sich also damit gewöhnt hat, dann kann man es dann, das allerwichtigste, auch dann noch dazu erfüllen, nämlich berechtigt nicht. Oft ist also Feindseligkeit, es fängt an, wenn man jemandem gegenüber ihm erstens mal nicht nur kritisiert, sondern ihn verurteilt, sondern ihn verurteilt, ihn verrichtet. Dieses gegenseitige Vorurteilen und Richten. Erstens, man setzt auf die göttliche Handlung, Gott alleine darf Urteilen umrichten. Wir aber dürfen also den anderen versuchen zu verstehen, verhelfen. Und wie es oben gesagt wurde, also ihnen Gutes tun, segnen und auch sie wehten. Und wenn es möglich ist, helfen und wenn man es weht, ist auch ihnen etwas zu geben, soll man ihnen dienen. Aber Richten, das steht Gott allein. Und das zweite Punkt hier, warum es gut ist, für uns jemanden nicht zu verurteilen oder zu richten, denn ihr sagt, mit den gleichen Massen werdet ihr auch verurteilt, mit dem ihr verurteilt. Also wenn wir jemanden möchten, werden wir auch genauso mit dem gleichen Hertha, mit dem gleichen Akt, werden wir auch dann durch, werden wir auch verurteilt oder gerüchtet. Und daher sollten wir immer Barmherzigkeit zeigen. Also immer die Liebe zeigen, die Barmherzigkeit zeigen, also ein gutes Tor für sie beten. Wenn wir das tun, dann die Barmherzigkeit Gottes wird uns entgegen kommen. Und deshalb, unser heutiger Evangelium, wollen wir, dass es in unsere Herzen hineinkommt und für uns das Leben weiter schenkt, der er seine Sonnale Entgegen hat.